heilige leute ich bin total begeistert ich habe nämlich gerade einen schweibenschwanz gesehen und ich versuche mal ein bisschen näher an diesen tollen schmetterling ranzukommen dass man ihn auch noch mal in seiner vollen schönheit betrachten kann doch kein schweibenschwanz es war ein schachbreitfalter trotzdem schön setzt er sich noch mal doch ein schweibenschwanz und zweimal gucken hier tolles tier und weg ist er